Warst du schon mal im Tempel? Er ist groß und dick. Gold. Mehr als ich tragen kann. Und? Schinken. Willst du schinken? Hier dein Schinken. Der Schinken ist verteilt. Dafür wirst du bezahlen. Gold ist in Ordnung. Du hast schon genug geraucht. Gib her. Schade. Ich hätte mehr von dir erwartet. Lauf los, ich folge dir. Nicht.